Kapitel 26 Und es begab sich, als Jesus all diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes im Hof des Hohenpriesters, der Kajafas hieß. Und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit Betrug ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber, nicht am Fest, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Als nun Jesus zu Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war, trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbarer Salbe und goss sie auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie entrüstet und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Salböl teuer verkaufen und den Armen geben können. Da es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert ihr die Frau? Sie hat doch ein edles Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit, dass sie diese Salbe auf meinen Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Da ging einer der zwölf namens Judas Ischariot hin zu den hohen Priestern und sprach, Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch übergebe? Und sie wogen ihm dreißig Silberlinge dar. Und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu übergeben. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen zu ihm, Wo willst du, dass wir dir das Passamahl zu essen bereiten? Und er sprach, Geht hin in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, Der Lehrer lässt dir sagen, Meine Zeit ist nahe, Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passa halten. Und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, Und bereiteten das Passa. Als es nun Abend geworden war, Setzte er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er, Wahrlich, ich sage euch, Einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr betrübt und fingen an, Einer nach dem anderen ihn zu fragen, Herr, doch nicht ich? Er antwortete aber und sprach, Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, Der wird mich verraten. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, Wie von ihm geschrieben steht, Aber wehe dem Menschen, Durch welchen der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, Dass er nicht geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, Rabbi, doch nicht ich. Er spricht zu ihm, Du hast es gesagt. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot, Dankte, brach es, Gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, Dankte, gab ihnen denselben und sprach, Trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut des neuen Bundes, Welches für viele vergossen wird Zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, Ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks Keinesfalls mehr trinken, Bis zu jenem Tag, Da ich es neu mit euch trinken werde, Im Königreich meines Vaters. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, Gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen, Ihr werdet in dieser Nacht Alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, Ich werde den Hirten schlagen Und die Schafe der Herde Werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferweckt worden bin, Werde ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus Und sprach zu ihm, Wenn sich auch alle an dir anstoßen, So werde doch ich mich niemals anstoßen. Jesus spricht zu ihm, Wahrlich, Ich sage dir, In dieser Nacht, Ehe der Hahn kräht, Wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, Werde ich dich nicht verleugnen. Gleicherweise sprachen auch alle Jünger. Da kommt Jesus mit ihnen Zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, Setzt euch hier, Während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm zu sich Petrus Und die zwei Söhne des Zebedeus Und fing an, Betrübt zu werden, Und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig vorwärts, Barf sich auf sein Angesicht, Betete und sprach, Mein Vater, Ist es möglich, So gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich, Sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern Und findet sie schlafen Und spricht zu Petrus, Könnte er also nicht eine Stunde Mit mir wachen? Wacht und betet, Damit er nicht in Anfechtung fällt. Der Geist ist zwar willig, Aber das Fleisch ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal Ging er hin, Betete und sprach, Mein Vater, Wenn dieser Kelch Nicht an mir vorübergehen kann, Ohne dass ich ihn trinke, So geschehe dein Wille. Und er kommt Und findet sie abermals schlafend, Denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, Ging wieder hin, Betete zum dritten Mal Und sprach dieselben Worte. Da kommt er zu seinen Jüngern Und spricht zu ihnen, Schlaf dir noch immer und ruht. Siehe, die Stunde ist nahe, Und der Sohn des Menschen Wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und während er noch redete, Siehe, da kam Judas, Einer der Zwölf, Und mit ihm eine große Schar Mit Schwertern und Stöcken Von den hohen Priestern Und Ältesten des Volkes her. Der ihn aber verriet, Hatte ihnen ein Zeichen gegeben Und gesagt, Welchen ich küssen werde, Der ist's, Den ergreift. Und sofort trat er zu Jesus Und sprach, Freu dich, Rabbi, Und küßte ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Kamerad, Wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, Legten Hand an Jesus Und nahmen ihn fest. Und siehe, Einer von denen, Die bei Jesus waren, Streckte die Hand aus, Zog sein Schwert Und schlug den Knecht Des hohen Priesters Und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, Stecke dein Schwert An seinen Ort. Denn alle, Die das Schwert ergreifen, Werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, Ich könnte nicht Meinen Vater bitten, Und er würde mir noch jetzt Mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Wie würden dann aber Die Schriften erfüllt, Dass es so kommen muss? In jener Stunde Sprach Jesus zu der Schar, Wie gegen einen Räuber Seid ihr ausgezogen, Mit Schwertern und Stöcken Mich zu ergreifen? Täglich war ich bei euch Lehrend im Tempel gesessen, Und ihr habt mich nicht ergriffen. Das alles aber ist geschehen, Damit die Schriften Der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn alle Jünger Und flohen. Die aber Jesus Festgenommen hatten, Führten ihn ab Zu dem Hohenpriester Kajafas, Wo die Schriftgelehrten Und die Ältesten Versammelt waren. Petrus aber folgte Ihnen von Ferne Bis zum Hof Des Hohenpriesters Und er ging hinein Und setzte sich Zu den Dienern, Um den Ausgang Der Sache zu sehen. Aber die Hohenpriester Und die Ältesten Und der ganze Rat Suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, Um ihn zu Tode zu bringen. Aber sie fanden keines, Obgleich viele falsche Zeugen Herzu kamen, Fanden sie keines. Zuletzt aber Kamen zwei falsche Zeugen Und sprachen, Dieser hat gesagt, Ich kann den Tempel Gottes zerstören Und ihn in drei Tagen Aufbauen. Und der Hohenpriester Stand auf Und sprach zu ihm, Antwortest du nichts Auf das, Was diese gegen dich Bezeugen? Jesus aber schwieg. Und der Hohenpriester Reagierte und sprach zu ihm, Ich beschwöre dich Bei dem lebendigen Gott, Dass du uns sagst, Ob du der Christus bist, Der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, Du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, Von jetzt an Werdet ihr den Sohn Des Menschen sitzen sehen Zur Rechten der Macht Und kommen auf den Wolken Des Himmels. Da zerriss der Hohenpriester Seine Bekleidung Und sprach, Er hat gelästert, Was bedürfen wir Weiterer Zeugen? Siehe, Nun habt ihr Seine Lästerung gehört. Was denkt ihr? Sie antworteten Und sprachen, Er ist es todesschuldig. Da spuckten sie ihm Ins Angesicht Und schlugen ihn Mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche Und sprachen, Christus, Weissage uns, Wer ist's, Der dich geschlagen hat? Petrus aber saß Draußen im Hof. Und eine Magd trat Zu ihm und sprach, Auch du warst Mit Jesus, Dem Galiläer. Er aber leugnete Vor allen und sprach, Ich weiß nicht, Was du sagst. Als er dann In den Vorhof hinausging, Sah ihn eine andere Und sprach zu denen, Die dort waren, Dieser war auch Mit Jesus, Dem Nazarener. Und er leugnete Abermals mit einem Schwur, Ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber Traten die Umstehenden Herzu Und sagten zu Petrus, Wahrhaftig, Du bist auch Einer von ihnen, Denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, Mit einem Bann, Sich zu verdammen Und zu schwören, Ich kenne den Menschen nicht. Und sofort Kräte der Hahn. Und Petrus Erinnerte sich An das Wort Jesu, Der zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn kräht, Wirst du mich Dreimal verleugnen. Und er ging hinaus Und weinte bitterlich. Und er ging Und er ging Und er ging Vielen Dank.